Hallo meine Süßen, ich bin's, euer Mechaniker. Wie geht's euch? Warum halten Leute das fest? Ich habe jetzt ganz viele Videos gesehen, dass die Leute das festhalten. Ich meine, das Ding hat einen Klipp. Kannst dir anklippen. Musst ihn nicht so vor die Fresse halten und reinsprechen. Kannst dir anklippen. Der Ton ist trotzdem gut. Glaub mir, vertrau mir, Bruder. Habe ich gerade gepestet. Gepestet. Vor allem, ich habe es gepestet. Ich habe getestet. Ja, ich kann heute wieder nicht reden. So, guten Tag. Da, äh, ja, wie soll ich, was soll ich, warum soll ich? Ne, pass auf. Also, zum einen, ne, da, Clip, Mikro, ne, kannst du ranmachen. Selbst das Ding hat einen Clip. Nur so nebenbei. An alle Influencer, die da mal so stehen, sagen, hallo meine Süßen. Ja, komm, Alter, lass stecken. Clipp dir das Ding noch an, Mann, was ist los mit dir? Du hast zwei freie Hände, was stimmt denn nicht mit euch? So, darum geht es aber heute gar nicht. Denn heute geht es tatsächlich um, ähm, Werbung. Wir machen, keine Sorge, wir machen keinen aufgeschraubt, zumindest noch nicht. Aber ich habe eins in Planung. Ähm, und, äh, ja, das ist quasi heute der Vorbote zu dem nächsten aufgeschraubt. Und, äh, für das nächste aufgeschraubt werde ich mir auch sehr viel Mühe geben, denn da geht es quasi um mich selber. Denn das hier ist ein Werbevideo zu meinem eigenen kleinen geilen Shop. Ähm, ihr kennt den Shop schon, wenn ihr schon mal draufgeklickt habt. Ich habe das schon mal groß und breit angekündigt, breit getreten, breit getreten und angekündigt. Und dann habe ich es verstummen lassen und, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, äh, zum einen doof. Zum anderen war es aber auch nicht so schlecht, weil, ähm, ich habe es vielleicht am Anfang ein bisschen überstürzt. Das ging alles ein bisschen sehr schnell, Schlag auf Schlag. Und, äh, ich bin sehr ungeduldig, was solche Dinge angeht. Ich habe das ja leider tatsächlich nur sehr hingeschissen. Ähm, deswegen würde ich sagen, vergesst die Vergangenheit. Vergesst, was war. Und, äh, das hier ist quasi der, nee, das ist nicht nur quasi, das ist der Relaunch meines Merch-Shoppes. Und, ähm, da könnt ihr jetzt zugreifen. Es gibt, äh, neue, geile Designs. Es gibt, äh, tatsächlich nur neue. Eins ist drin geblieben, eins wurde überarbeitet. Guck kurz da hin, damit ich mich in der Kamera sehe, damit ich weiß, dass ich das jetzt auch gerade in die Kamera zeige. Ähm, und dann gibt es noch drei neue Designs. Macht insgesamt fünf. Sieht man ja auch da oben. Guck mal, ich weiß gar nicht, ob ihr die Maus seht, weil das so hell ist. Ja, ne? Hier, das ist ein altes, ganz rechts. Daneben, das ist ein neues. Das hier, daneben, ist dann ein überarbeitetes. Wir gehen gerade von rechts nach links, falls ihr die Maus nicht seht. Ähm, das ist ein überarbeitetes. Dann das daneben ist auch neu und das daneben ist auch neu. Das ist, äh, sind alles Insider, bis auf, äh, das ganz rechte. Das ist meine Wenigkeit. Quasi im Profil, in einem geilen Kunstart-Design. Ähm, ja, und jetzt könnt ihr diese Scheiße kaufen. Ich kann sogar, warte mal, guck mal hier. Zack. Ich mach noch den, dann wisst ihr auch wo, nämlich unter getshirts.de slash der Mechaniker live. Und ich dachte, ich stelle den Shop mal eben ein bisschen vor. Wir gucken uns die Sachen mal so ein bisschen an. Das soll auch nicht zu lange dauern, keine Sorge. Soll ein kurzes Video werden. Äh, ich hab die Zeit im Blick. Hoffe ich. Und, ja, ähm, dann gibt's jetzt zum Start auch noch ein bisschen Rabatt. Und zwar, ich glaube, 10%. Ich bin gut vorbereitet, ne? Ich hätte mir ein Skript schreiben sollen, aber ich scheiß auf solche Sachen. Ich bin lieber authentisch und spontan. Yay. Das geht doch zum Glück nie in die Hose. Ähm, ja, es gibt zum Start Rabatt. Und es sind 10%. Ich weiß es nicht. Scheiße, warte, ich guck eben. Auf jeden Fall gibt's ein Halloween-Zähl. Am 31.10. logischerweise. Da gibt es 15% Rabatt. Aber nur am 31.10. Ich kann da schon mal androhen, weil es ist ja schon bald soweit. Ist ja nicht mehr lange. Genau. 10% Rabatt gibt es hier. Gibt kein Code dafür oder so einen Scheiß. Es gibt einfach nur Rabatt. Ab dem 21.10. für drei Tage zum Relaunch meines neuen Shops. Oder meines neuen alten Shops. Könnt ihr direkt 10% einheimsen, wenn ihr da kauft. Drei Tage lang. Dann haben wir nochmal, ähm, ja, an Halloween am 31.10. gibt es auch nochmal Rabatt. Und, äh, ja, die nächsten Rabattaktionen, die werde ich einfach ankündigen. Dann spontan, wenn ich dran denke, hoffe ich. Ansonsten kann ich die euch auch schon mal kurz androhen. Und zwar haben wir einmal am 31.10. 15% Rabatt auf alles außer Tiernahrung. Darf ich das überhaupt sagen? Ich hoffe. Auf alles außer Katzen-Nahrung. Dann tatsächlich einen Monat später gibt es im Black Friday Sale 20% Rabatt auf alles außer Katzen-Nahrung. Und der geht sogar vom 29.11. bis zum 2.12., liebe Freunde. Und tatsächlich vier Tage später startet der nächste Sale. Da gibt es nochmal 15% Rabatt auf alles außer Katzen-Nahrung. Und zwar vom 6.12. Nikolaus bis zum 18.12. Das ist dann der Weihnachts-Sale. Und dann war es das dieses Jahr erstmal. Ähm, ja. Tja, und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal ein bisschen an hier, was es so gibt. Ich habe jetzt erstmal alles angedroht, was ich androhen wollte. Dann lass uns mal ein bisschen durchgucken. Dann wisst ihr, was es gibt. Also, ähm, es gibt, wie gesagt, diese fünf Designs. Die sind verteilt auf, ähm, diverse Sachen. Unter anderem seht ihr schon ein paar geile Hoodies. Mit so Reißverschluss, ne? Kannst du voll Reißverschlüssen dran. Ähm, pass auf, ich mach den mal auf. Dann seht ihr auch gleich einen Preis. Ist nicht billig, aber es ist eine gute Ware. Ähm, so. Und dann seht ihr hier hinten auf dem Rücken ist das drauf. Ist ein Insider, ne? Dung und Dünger. Kennt ihr bestimmt. Und vorne ist ja mein geiles Konterfei. Ähm, gibt es glaube ich auch noch andersrum. Könnt ihr euch reinziehen. Die Farben, die ihr hier seht auf der Seite. Keine Sorge, die gibt es auch in anderen Farben. Ähm, guck hier. Den Hoodie zum Beispiel gibt es in drei Farben. Schwarz, äh, äh, Kohle und ich weiß nicht, wer Heather ist, aber sie ist auf jeden Fall grau. Und in der Farbe gibt es den Hoodie dann auch noch. Zum Beispiel ein geiles Handtuch. Könnt ihr euch geil mit abtrocknen mit dem geilen Schwein hier. Gibt es aber auch nur in weiß. Muss aber auch reichen. Äh, Verwanddatum dauert natürlich noch ein bisschen, ne? Der Shop ist jetzt gerade neu. Das ist alles on demand. Das ist klar. Also es gibt, glaube ich, nichts auf Lager. Tassen gibt es in verschiedenen Designs. Und natürlich, ähm, das hier ist jetzt in den Designs tatsächlich sortiert, in denen ich das erstellt habe. Also die letzten Artikel sind die vier, die ich erstellt habe. Und ansonsten war es halt die Reihenfolge. Ich habe alles nochmal überarbeitet. Ähm, alles ist neu. Ich finde das jetzt viel, viel besser als vorher. Wenn man mal überlegt, vorher das, äh, Kaffee, die wichtigste Mahlzeit des Tages, das Design, das sah... Das war echt, ui. Das war grenzwertig. Für die Gamer unter euch gibt es dann geile Mauspads zum Beispiel. Mir persönlich gefällt dieses Design hier mit am besten. Mit dem Dung- und Dünger-Design zusammen. Äh, hier, XXL-Mauspads zum Beispiel. Wer im Glashaus sitzt, sollt ihr nicht mit Scheiße schmeißen. Es gibt eigentlich jedes Design in der gleichen Artikelauswahl. Also es gibt eigentlich für jedes Design gibt es immer, äh, Hoodies, Pullover, T-Shirts, Mauspads, Kissen und Gläser und Becher und so ein Quar. Ne, ist immer quasi dasselbe, sind halt nur die Designs ein bisschen anders. Äh, das ist das überarbeitete Kaffee-Design. Gefällt mir jetzt auch viel, viel besser. Hier gibt es zum Beispiel auch einen geilen Thermobecher, ne. Ich weiß zwar nicht genau, was der macht. Der ändert seine Farbe dann, glaube ich, von schwarz zu weiß oder andersherum. Ähm, ich hoffe, das klappt dann mit dem Design drauf. Wenn nicht, wäre doof, aber zum Beispiel auch einen Edelstahlbecher könnt ihr euch kaufen. Wenn ihr zum Beispiel in der Industrie arbeitet und in irgendeinem Werk seid oder so, da bieten sich solche Becher immer an, weil wenn die mal runterfallen, dann gehen die nicht so schnell kaputt, ne. Das ist zum Beispiel auch ganz gut. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde das Design da drauf, das passt halt perfekt, ne. Ist ein geiler Kaffeebecher aus Edelstahl, der ist sehr robust und Kaffee ist ja nun mal, wie wir alle wissen, die wichtigste Mahlzeit des Tages. Man möge es mir auch verzeihen, es ist mein erstes Werbevideo. Ich mache jetzt das erste Mal richtig intensiv Werbung. Dann, eine Ausnahme haben wir allerdings, es gibt für das Dung und Döner Design gibt es Mützen und ein bisschen Kinderkleidung, weil mein Junior hat sich auch was ausgesucht. Also ich werde dem nächsten Paket fertig machen und das werden wir dann aufschrauben hier. Also es wird kein klassisches aufgeschraubt wahrscheinlich werden, sondern ich mache ein schönes Unboxing live im Stream. Also kommt da auch vorbei, twitch.tv slash dermechaniker live. Wo wir gerade bei Werbung sind, können wir gleich Werbung weitermachen, ne. Zum Beispiel auch eine geile Brotdose in verschiedenen Farben, ein paar Wintermützen, ein paar Käppis gibt es auch in verschiedenen Farben. Aber halt exklusiv glaube ich aktuell ist dieses Design da drauf. Dung und Dünger. Dung und Dünger finde ich besonders gut, tatsächlich. Mag ich am liebsten, gibt es auch wieder Kissen natürlich. Hier so ein schönes Baumwollkissen, lecker lecker. Lecky lecky Baumwollkissen. Ich wünsche dieser Zoom wird größer. Aber guck mal, das ist auch zum Beispiel der eine, ne. Dung und Dünger. Man kann hier oben, wenn man hier raufklickt, kann man das sortieren, ne. Dann wird hier nur das Design angezeigt, zum Beispiel. Ähm, gibt es dann auch wieder einen schönen Tassen. Mir persönlich gefällt diese Tasse hier, weil die von innen schwarz ist. Ich mag dieses schwarz-weiß Design. Gefällt mir sehr gut. Dann gibt es auch wieder die klassischen Hoodies und alles. Logisch. T-Shirts. Das Übliche halt, ne. Ich finde die Preise sind angenehm. Ähm, bin ganz ehrlich, ich verdiene noch nicht so viel dran. Oh, das hatten wir glaube ich schon, ne. Ja, gut. Das hatten wir schon. Aber wir können es ja nochmal das Kind angucken zum Beispiel. Ab 21. 10% Rabatt. Einfach so. Ohne Code. Müsst ihr nichts eingeben. Einfach in den Shop. Kaufen. Bezahlen. Liefern lassen. Fertig. 10%. Alles gut. Müsst ihr nicht viel dran machen. Und, äh, ja. So. Dann haben wir noch das letzte Design. Wollt halt nicht so viele verschiedene Sachen machen, weil wir wollen jetzt mal klein anfangen. Ich würde euch ja nicht erschlagen. Nur halt eine grobe Auswahl an ein paar verschiedenen Sachen, damit für jeden was dabei ist. Wenn ihr Vorschläge habt, zum Beispiel. Ähm, es gibt zum Beispiel hier noch Taschen. Es gibt zum Beispiel auch eine Grillschütze. Ich finde, da passt dieses Design hervorragend drauf. Ob Fisch oder Fleisch, ist doch eh alles Schwein. Ähm. Wenn euer Kind am Grill steht, dann nehmt es da bitte weg. Außer es ist alt genug. Ähm, ja. Finde ich aber, passt perfekt zum Beispiel auf eine Grillschütze. Wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt oder sagt, ja, oh, mein Sohn, der braucht unbedingt das. Kannst du das nicht und hast du nicht. Dann sag ich, alles klar, gar kein Problem. Warte kurz, ich mach das fertig. Dauert nicht lange für mich. Ähm, und dann kannst du es nach drei Stunden schon fertig machen. Ich geb dann gerne eine Rückmeldung und sag, jo, hab ich gemacht. Äh, sollte in den nächsten Stunden im Shop erscheinen, dann kannst du es dir kaufen. Gar kein Problem. Also, äh, ich bin für Vorschläge immer offen, was die, was die Artikelauswahl angeht. Ähm. Vorausgesetzt, sie ist natürlich verfügbar hier im Shop. Und solange das nicht kaputt, äh, kaputt, akut ausartet, ist das auch gar kein Problem. Wie gesagt, es gibt noch Badelatschen, es gibt Taschen, ähm, es gibt noch eine Menge andere Klamotten, Sportkleidung und solche Sachen gibt es auch alles. Ähm, wer sich bei GetShirts schon mal ein bisschen was gekauft hat, der weiß, was es gibt. Also könnt ihr das gerne vorschlagen, das ist gar kein Problem. Ähm, daran soll es nicht scheitern. So, und damit würde ich sagen, sind wir auch schon durch für heute. Denn, das war's tatsächlich. Ich kann euch noch empfehlen, wenn ihr neue Klamotten kauft, guckt gerne auch noch bei meinem Partnershop vorbei, bei der Candies Factory. Da könnt ihr nämlich geile, süße Sachen kaufen. Ähm, und wenn ihr dann fetter werdet, braucht ihr neue Klamotten, also geht ihr dann wieder in meinen Merch-Shop und kauft euch größere Klamotten, die dann auch wieder geil auf eure geilen Körper passen, würde ich sagen. Und bei der Candies Factory gibt es 10% Dauerrabatt mit dem Code, nur der Mechaniker 10. Und, äh, da könnt ihr dann auch zugreifen. Guckt euch den auch gerne mal an, CandiesFactory.de slash der Mechaniker live, über diesen Link. Und, äh, ansonsten steht auf YouTube alles in der Videobeschreibung. Unterstützt mich, wenn ihr Bock habt und, äh, ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit für dieses sehr ungewöhnliche Video nach 124 Jahren auf YouTube. kommt das erste Mal tatsächlich ein Werbevideo mit der Androhung eines Aufgeschraubt-Videos, was dann darauf folgen wird. Das, äh, könnte noch interessant werden. Auf jeden Fall vielen Dank, unterstützt mich, macht's gut, bis denn dann, ich bin der Mechaniker und ich bin raus. is Untertitelung des ZDF, 2020